Der Typ, der labert halt sowieso nur Scheiße. Das ist alles nur Falschbehauptungen. Aber ja, bei Baku können wir eigentlich mal reinschauen. Ich hab schon die Hälfte des Videos geschaut. Ich hab schon die Hälfte des Videos gesehen. Wir können mal reinschauen, weil das geht auch nur 8 Minuten. Das ist ja jetzt nicht so extrem lang. Yo Leute, was geht? Auf YouTube ist ja momentan so gut wie gar nichts Spannendes los. Und was soll ich euch sagen? Also das Video heißt übrigens Cringe-Level-Fremdscham. Nicole Dobrikow tut es schon wieder. Genug Internet für heute. Ihr kennt mich. Immer wenn das der Fall ist, hörf ich so lange auf YouTube rum, bis ich auf die dümmste Scheiße treffe und es mal wieder Zeit wird für eine neue Folge. Genug Internet für heute. Ja, was soll ich euch sagen? Seht einfach selbst. Ich hatte vor einiger Zeit über eine YouTuberin gesprochen namens Nicole Dobrikow. Und ich dachte mir so, hey, das Video kam mega gut an und die Abos haben auch geschmeckt. Junge, gut. 268 Abos. Mache ich mit meinen Videos jetzt auch nicht immer. Ja, das ist wirklich stark. Für seinen Kanal ist der, sehr stark. Auch wenn das Video gelb war und ich für die 10 Stunden Arbeit sage und schreibe 2 Euro bekommen habe. Ja, das weiß ich. Ich meine, das reicht nicht mal für einen Döner mit verkacktem Gammelfleisch. Ja, und aus diesem Grund dachte ich mir... Ja, dann schnappt sich teilweise vielleicht noch YouTube was. Wobei, nee, bei den Analytics, da geht's... Das kriegt er da eigentlich schon so ausgezahlt, aber ist natürlich... Ah, das ist mies. Weil du musst, glaube ich, bei YouTube... Wenn du über Google Adsense verdienst, musst du über 70 Euro im Monat kommen. Und wenn du nicht über 70 Euro im Monat kommst, dann wird's dir halt nicht ausgezahlt. Zumindest für den Monat. Und das ist halt mies. Warum schaust du nicht nochmal nach und guckst, was sich bis jetzt dort getan hat? Wir posten unsere Katze und schieben uns Würstchen in den Mund. Pfirsich. Heftigste Gönnung ever. Ja, okay, Leute. Jeder von euch, der mein erstes Video zu Nicole Dobrykow gesehen hat, hat wahrscheinlich ohnehin nichts anderes erwartet. Oder? Seien wir doch einfach mal ehrlich. Kaum sind einige Sekunden im Video vergangen, steigt das Cringe-Level wirklich auf ein kritisches Niveau. Was soll dieses Video denn jetzt? In diesem Meisterwerk der Unterhaltung präsentieren euch eure Cringe-Ladies Nicole und Elisa ein Video, in dem sie Aufgaben ihrer Fans gestellt bekommen, diese dann entweder ausfüllen oder ein Kleidungsstück ausziehen müssen, für den Fall, dass die Aufgabe wirklich zu krass ist. Und ja, sie ziehen sich wirklich aus. Eingeleitet wird das Ganze nämlich so. Heute wird ganz, 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 ganz viel gegönnt. Ich weiß, ihr seht uns jetzt in Pullis aus. Aber nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Wenn es sonst nichts ist. Ich meine, wir sind hier auf YouTube unterwegs und wir wissen... Das ist doch traurig. Die wurden übrigens auch von TikTok gebannt und auch von Instagram. Also die... Das ist jetzt auch so, dass die jetzt nicht so gern gesehen sind auf irgendwelchen Seiten, weil die schon grenzwertigen Content bringen. Schon grenzwertig, ja. Für die YouTube-Berichtlinien geht es noch wahrscheinlich, aber sonst schwierig. Dass hier auf YouTube natürlich fast nur Leute über 18 unterwegs sind. Die Altersüberprüfung ist ja bekanntlich absolut Bulletproof. Kappa. Und ich meine, wenn es schon ASMR-Videos gibt, wo sich Frauen selbst zum Höhepunkt bringen, dann sollte es doch auch vollkommen in Ordnung sein, wenn man seinen Gött einfach in die... Was? Es gibt Videos, wo Frauen zum... Okay. Die Kamera hält wie ein Pavian-Weibchen kurz vor der Paarung, oder? Und eine Frage habe ich da aber noch. Was sind denn das bitte für Klingen an den Fingern? Kann mir bitte... Ich habe es noch nie verstanden, wie... Also, ich meine, jeder kann ja das machen mit seinem Körper, was er will, aber ich habe noch nie verstanden, warum man sich solche Fingernäckel holt. Es ist... Es ist... Es kommt mir auch gar nicht in den Sinn. Also, es ist... Du kannst damit nichts berühren, nichts aufheben. Du bist ja komplett eingeschränkt. Und... Das sieht hässlich aus... Also, in meinen Augen sieht es hässlich aus, ne? Ich will jetzt nicht über andere urteilen, so, aber... Beziehungsweise, dass jeder das übernimmt. Aber ich finde, das sieht halt auch einfach nicht gut aus, ne? Jemand erklären, wie man mit diesen Fingernägeln eine Münze vom Boden aufhebt, oder seinen Hintern abwischt, ohne sich den Schließmuskel zu ab... Hallo, Pinzettengriff, mein Engel. Das hast du doch bestimmt schon mal gehört bei deinem Kind. Pinzettengriff. ...putieren. Oder wenn es irgendwo juckt und man sich kratzen muss, dann schlitzt man sich doch instant die gesamte Haut auf und stirbt an Blutverlust. Aber lasst uns doch mal kurz entspannen. Vielleicht stehen auf diesen Zettelchen ja Aufgaben drauf, die äußerst interessant sind und das Video wird ausnahmsweise mal gut. Schauen wir uns doch dazu einfach direkt die erste Frage an. Jemand auf FaceTime anrufen und die... ...zeigen. Was? Oh mein Gott. Leute. Das ist echt crazy. Ey, das ist richtig cringe. Digga, guck mal, wie es schon anfängt, Digga. Ja, die Zuschauer. Digga, Digga. Die sind wirklich crazy. Welcher YouTuber kennt das nicht? Wie haben die das denn bloß angestellt, dass die Aufgaben auf die Zettel geschrieben wurden und in der Schüssel gelandet sind, ohne dass die beiden das mitbekommen haben? Hätten die beiden die Aufgaben nämlich vorher gelesen, hätten die bestimmt nur anständige Aufgaben ausgewählt. Ich sag einfach nur, what the fuck. Das ist unser Cringe-Man. Das ist unser Cringe-Man. Was geht? Ey, wir wollten dir eine Sache zeigen. Ja. Eins, zwei, drei. What the fuck? Äh, ja klar. Nur dieser Anruf ist cringe. Alles andere ist voll normal und komplett angenehm zu gucken. Genauso wie die Situation nach dem Anruf. Hat sie nicht gefallen? Hat sie nicht gefallen? Das ist unangenehm. Okay, let's... Oh. Wir zeigen einfach ihre Titten irgendeinem Freund, weil das einfach in der Challenge so drin stand. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich, es ist unglaublicher Quality-Content an der Stelle, ja. Also hier wird Qualität halt aber einfach groß geschrieben. Oh, Leute, einig und mitleid für diese beiden äußerst intelligenten Lebewesen. Ich meine, wer hätte denn bei dieser Aktion damit rechnen können, dass das nicht direkt in Freundensprünge ausartet? Wir wissen doch alle, dass Männer bei Brüsten einfach nicht widerstehen können. Oh, oh, ja, Mann. Ich brudere mal, dann seh ich mich einfach. Aber auch die restlichen Aufgaben sind einfach nur genial. Ah, Lucy, bleib doch. Das ist nicht gegenseitig die Kirschen. Haha, das ist so cringe. Alles ist schön. Moment, dieses Meme. Und ich glaube, das Video ist trotzdem gelb. Ich habe heute mit Baku drüber geschrieben oder gesprochen. Video wieder gelb. Nochmal zwei Euro. Bald reicht es für einen Döner-Teller mit Gammelfleisch. Vor allem kommen die Videos, die gelb sind, bei ihm immer so gut an. Das ist echt krass. Das ist so cringe. Was machen wir hier eigentlich? Wie schön, wenn das meine Eltern sind. Ach nein, ich kann dir garantieren, dass eure Eltern bestimmt mächtig stolz auf euch sind. Freuen sich denn nicht alle Eltern, wenn sich die eigenen Kids im Internet vollkommen zum Affen machen und gerade auf Plattformen wie TikTok und YouTube, wo sich viele Minderjährige rumtummeln? Denn was sagt, äh... Das Internet vergisst nie. Und ja, dem muss man einfach nichts mehr hinzufügen, glaube ich. Und versteht mich nicht falsch. Die beiden scheinen ja wirklich alt genug zu sein, um zu wissen, was sie machen. Aber wenn sie in ein bis zwei Jahren über diese Thematik anders denken und sich mit so einem Cringe nicht mehr identifizieren, werden sie sich wohl oder übel noch damit rumschlagen müssen. Ja, aber die werden sich danach direkt löschen müssen. Das Ding ist halt, auch beruflich haben die dann... Also, wenn man so einen Ruf hat, ja, im Internet, dann will doch keine Firma jemanden einstellen, die so einen Ruf hat im Internet, ja. Das ist halt auch so dumm einfach, ne. Das ist halt einfach nicht durchdacht. Und das vielleicht für mehrere Jahre. Ich sag's ja nur. Ich frage mich dabei ernsthaft, ob es da draußen wirklich armselige Gestalten gibt, die so ein Video mit so einem abnormalen Cringe feiern und wie diese verkackte Bewertung zustande kommen mit ungefähr 3000 Likes. Es scheint ja scheinbar Leuten gefallen zu haben. Schauen wir doch dazu einfach mal in die Kommentare. Könnt sie mal ohne Karnix ein Video machen ohne Smileys, bitte? Also, das ist echt krass. Also, da musst du erst mal... Das musst du erst mal schaffen, also. Das ist, äh, wild. Das könnte einfach... Das könnte ja von meiner Community kommen, ja. Die können auch nicht schreiben. Ja, Cringe. Noch Fragen zu... Ist doch egal, wenn die OnlyFans und so weiter nach einem Jahr durchziehen, dann haben die ausgesorgt. Ach, Quatsch. Ich weiß nicht, wie viel die bei OnlyFans, äh, Subscriber haben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo einsehen kann, aber ich glaube nicht, ne. Wie viele Subscriber kann man nicht einsehen? Mich würde es echt mal interessieren, wie viele die damit verdienen. Ich habe nur ein Video gesehen, ähm, da haben die gesagt, dass die davon leben können, ja. Und halt ihre Miete und sowas zahlen können. Weiß nicht, wie viel. Zur Altersgruppe ihrer Zuschauer, könnt ihr mal in einem YouTube-Video alles zeigen? Bitte auch das da unten. Ja, klar. Was denn noch? Ich meine, als ob das schon nicht reicht, dass die beiden... Ich finde die, by the way, ne, also jetzt ist es ja Geschmackssache. Ich finde die beiden jetzt auch nicht hübsch, ne. Also es ist so, klar, die sexualisieren sich komplett ihren Körper, ja. Und fühlen sich damit halt überkrass. Aber ich, äh, wüsste jetzt nicht, warum ich da OnlyFans-Zeug ausgeben soll, oder Geld ausgeben sollte, so. Ich meine, dann, äh, gönnt man sich halt auf anderen Seiten und fertig ist. Aber man muss noch kein Geld ausgeben. Und alle Nase lang auf TikTok gesperrt werden, weil sie ihre Hupen lüften. Lass sie doch auf YouTube noch unsere goldene Jugend verderben. Ich meine, zieht unsere Plattform doch noch weiter runter, was das Niveau angeht. Zimex reicht ja nicht. Und was soll ich euch sagen? Instanatos hat doch vollkommen recht in den Kommentaren. Jeder Gay, der hier hatet, würde trotzdem auf die Geiern, in echt. Jo Leute, wir wurden exposed. Jeder, der das nicht auf YouTube oder TikTok feiert... Junge, das ist ja so unangenehm. Alter. ...nämlich automatisch gay. Denn wie gerade schon gesagt, echte Hetero-Cis-Männer lieben es, wenn sich zwei erwachsene Frauen mit... ...und... ...gegenseitig den Affensohn... ...vollkommen zum Affen machen. Solange nämlich Hupen zu sehen sind, können wir nämlich gar nicht anders. Und dass die beiden nicht mit der größten Intelligenz gesegnet sind, sieht man alleine schon dadurch, dass wirklich an diesem Video fast alles zensiert wird, ...aber man die gröbsten Details einfach in der Spiegelung hinten am Fenster dennoch sehen kann. Und schämt euch, wenn ihr jetzt nach dem Video auf den Link unten in der Beschreibung klickt, nur um in die Spiegelung abzuchecken, ihr Schlingel. Das ganze Video ist wirklich ultra cringe. Ey, frech. Ja, jetzt gehen Leute deswegen rüber und gucken extra in die Spiegelung. Ich weiß ganz genau, dass es da Leute gibt, die da auf jeden Fall geiern werden, ja. Also ganz, ganz safe. Ja, guck mal, Kuta ist schon direkt kurz weg. Du gehst die ganze Zeit so weiter. Der größte Cringe kommt allerdings. Was? Die eine neben Nicole hat auch schon gesagt, die kann sich vorstellen, ins Pornogeschäft einzusteigen. Zumindest ein Filmchen, wenn sie mal drehen wollen. Joa. Joa. Okay. Krank. Reinschieben wie möglich. Okay, wir haben hier... Oh, das stinkt schon voll. Wir haben jetzt diese Würstchen. Leute, bei Gott, das stinkt richtig. Wir haben jetzt diese Würstchen. Wie soll man das richtig essen? Ja, Leute, das ist mir eigentlich Veganerin sogar. Also ich bin eigentlich Veganerin. Ja. Ich bin eigentlich Veganerin. Ich kann... Das ist reich! Oh mein Gott! Oh mein... Oh mein Gott! Ich meine schnell... Alter, warten wir mal ganz kurz. Dieser eine Sound. Das ist reich! Dieses... Alter, das klingt... Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ihr diesen Sound gerade eben kennt, was ich gerade im Kopf habe. Aber hört euch doch mal das an, wie das jetzt runterfällt. Es reicht! Oh! Dup, 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 dup. Was war denn das für ein Lied? Dup, 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 dup. Alter, das klingt ja genauso. Alter, der Sound klingt genauso wie dieser Anfang, wo man so spielt. Dup, 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 dup. War das... War das Trick? Das ist Trickroll. Oh mein Gott, das klingt real doch genauso. Ja, das klingt genauso wie so stark. Ne, ich kann... Das! Es reicht! Hahaha, das ist ja genau das gleiche. Dup, 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 dup. Ey, das ist ja mega gut, Alter. Das ist ja wirklich mega stark. Es reicht! Oh! Dup, 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 dup. Alter, wie gut. Oh mein Gott! Ihr habt so recht, ne? Oh mein... Oh mein Gott! Ich meine, stellt euch einfach mal vor, ihr seid ein süßes Ferkelchen, was dann in der Massentierhaltung landet, die ganze Zeit mit Antibiotika vollgestopft wird, geschlachtet wird, um dann aus dem... Willi, dankeschön für den Rate, mein Engel. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Stream. Kuss. ...jenseits zu sehen, wie aus der rechten Arschbacke dieses Video entsteht. Und jetzt stellt euch auch noch vor, ihr seid die Eltern und seht, wie eure Kinder Videos ins Netz laden mit so einem Anblick. Oh! Oh! Also das ist ja wirklich... Das ist ja oberpeinlich, ne? Oh, das waren sieben. Ein dickes F in den Chat für die Eltern und die Schweine, meine Freunde. Und ich grüße natürlich herzlich auch das Schwein im Jenseits. Und um auf die Frage, was das Video überhaupt soll, zurückzukommen. Hier muss es doch irgendwo auch Hinweise geben. Hm, äh, was? Die beiden machen Onlyfans? Das ist ja eine vollkommen überraschende Wendung. Schön die kleinen Boys triggern, die keine Ahnung von Reddit haben, um auf Onlyfans Kohle abzugreifen. Da kann sich ja jetzt jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Ich meine, mir persönlich ist es wirklich egal, wer sich im Internet ausziehen will, soll das machen. Nur bleibt bitte von Seiten fern, auf denen sich viele Minderjährige rumtummeln, wie TikTok oder auch YouTube. Solche Videos auf YouTube oder TikTok sind Schmutz. Aber meine Freunde, damit ihr jetzt auch keine weiteren bleibenden Schäden davon trägt, lasst euch jetzt mal mit diesem Thema in Ruhe. Dieses Mal war es ein etwas kürzeres Video. Mir ist auch wirklich ultra heiß. Ich glaube, meine ganze Haut glänzt einfach nur, weil ich schwitze. Dafür versuche ich jetzt mein Bestes und meinen Upload-Rhythmus etwas zu erhöhen und euch... Reddit, der Baku hat Ahnung, ich würde auch sagen, ne? Da geiert er schon die ganze Zeit bei Reddit, ne? Weil es ab 18 ist und man sich dann dort am Ende das Zeug reinziehen kann. Ja, ja, ja. Und ich weiß ganz genau, ne? Und zur Rechstätigung, weil der will natürlich nicht, dass seine Frau oder Freundin das mitbekommt. Ähm, macht er das alles im Inkognito-Modus. Ja, wir kennen Baku, das ist nämlich ein richtiger Schlinge. Ja, das weiß wahrscheinlich seine Freunde nicht. Aber ich wäre da ganz, ganz, äh, oh. Euch dementsprechend die nächsten Tage auch ein weiteres Video zu präsentieren. Gebt diesem Video ein Like, falls ihr diese Cringe-Fiesta lebend überstanden habt. Haut rein, Leute und ciao!